Moin moin angenfreunde Hier ist ein kleines Video von meinem Ausflug in Hamburg mit Thorsten und Birnen Es war mein erstes Mal auf der Helden auf Zander Und es gibt so viele schöne Stellen Angen war vom Kajak nicht so einfach mit dem Wind Aber es hat geklappt mit insgesamt 10 Stück Gewehr gefangen haben Leider waren die Mutti nicht da, aber es hat trotzdem Spaß gemacht Wir müssen nochmal hinfahren Ich bin gespannt Ich habe es am Anfang mit vielen verschiedenen Farben probiert Wie Chartreuse, Feuerteige, Rosa, Blaue Aber es hat nur mit natürlichen Farben funktioniert Bei mir waren der Neoshad 11 cm Und der Speedfaktor 11 cm erfolgreich Balles im IU Farbe Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Ich wäre cold Tschüss Ich bin ertig Ich bin sicher Ja! Awww, so an kleine Farben. Vielleicht 10.20 m, vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020